Hallo meine lieben Fans, ich wollte mich mal melden, mal ein Lebenszeichen von mir geben. Also ihr seht, es geht mir gut, es geht mir noch gut, ich hoffe es bleibt auch so, meiner Familie geht es auch gut. Und das sind wirklich sehr, sehr schwierige Zeiten momentan in dieser Corona-Krise, die uns überrollt mit einer Wucht, dass wir nie daran gedacht haben, dass es so etwas geben könnte. Ich bin nun sehr, sehr viel zu Hause, eigentlich die ganze Zeit und versuche eben nur Dinge zu machen, die sonst liegen blieben, beziehungsweise bin auch noch kreativ und arbeite auch schon auf die Zeit für danach, weil das Leben wird auf jeden Fall weitergehen. Vielleicht habt ihr Lust, mir irgendwas zu schreiben, was ihr macht oder wozu ihr gekommen seid. Vielleicht habt ihr seit langer Zeit noch mal ein Buch in die Hand genommen oder schreibt mir einfach, wie euer Tagesablauf aussieht für diejenigen, die arbeiten müssen, da kann man sich das vorstellen, aber was macht ihr dann in eurer Freizeit? Also es sind wirklich nicht so einfache Zeiten, aber ich kann euch eines sagen, das Leben wird weitergehen und ich würde mir wünschen, dass wir uns ganz, ganz bald wieder bei Konzerten auf der ganzen Welt wiedersehen. Also bleibt gesund, bis dahin, ciao. Bis zum nächsten Mal.